Herzlich Willkommen Freunde zur Crisfors Food Show. Ich hoffe euch geht es sehr gut. Ich mache heute mit euch ein im Sauvide gegartes, wunderschönes Flanksteak. Lasst euch überraschen. So, wir tun das Flanksteak jetzt zubereiten. Und zwar, wie ihr seht, habe ich es bereits schon etwas geputzt. Hier ist ein kleiner Schnippel. Ist okay. So, mit was fangen wir an? Geputzt ist es. Was darf natürlich nicht fehlen? Salz. Hier nehme ich ganz normales Salz ohne Jod, ohne alles. Das machen wir großzügig. Naja, eigentlich nicht so großzügig. Drüber. So, erstmal von der einen Seite. Danach kommt etwas brauner Zucker. Lecker brauner Zucker. Um den Geschmack etwas zu verstärken. Dann habe ich hier eine schöne Mischung aus getrockneten Rosmarin und Thymian. Das Ganze wird festgeklopft. Und dann habe ich hier noch schönen Knoblauch, aber nicht irgendein Knoblauch. Und zwar ist das geräucherter Knoblauch. Der hat eine schöne rauchige Note. Geräuchert hat. So, den verteilen wir hier auch ein bisschen. So, nachdem wir das verteilt haben, hier kann noch was hin, drehen wir das Ganze um. Das muss ja von beiden Seiten gewürzt werden. Hier genauso etwas Salz. Ein bisschen Zucker. Ein paar Gewürze. Ein paar Kräuter. Und wieder Knoblauch. So. Oh man, das wird geil. Okay. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Mir ist mal aufgefallen, wir haben eine Sache vergessen und zwar den guten alten Pfeffer. So, machen wir die andere Seite. Die haben wir ja vergessen. So, nachdem wir das schön gewürzt haben, machen wir jetzt folgendes. Und zwar habe ich schon einen Beutel vorbereitet zum Vakuumieren. Ganz wichtig ist umschlagen, weil somit ist der Bereich, wo die Naht dann später sein wird, frei von Flüssigkeiten, Kräutern, Gewürzen. Alles, was ihr nicht in der Naht haben wollt und was die Naht umdicht macht. So. Das mal rein. Knoblauch mit dazu. Zu guter Letzten kommt noch ein schönes Stück Butter rein. Super. Fährt das ja mal gut. Und dann wird es vakuumiert. So, nachdem es vakuumiert ist, kommt es hier in ein vorgewärmter Wasserbad. Und zwar haben wir 55 Grad eingestellt. Hier steht jetzt zwar 25 Stunden, aber wir lassen es 20 Stunden rein. Die 20 Stunden sind rum. Wir haben das Flanksteak für 20 Stunden bei 55 Grad im Sauvidebad gehabt. Beziehungsweise ist es noch drin. Wir holen es jetzt gemeinsam raus. Danach werde ich es ein bisschen abkühlen. Und zwar bei etwa 4-5 Grad im Wasserbecken. Um es anschließend nochmal in den Kühlschrank zu packen. Und da ich es leider jetzt erstmal nicht schaffen werde, es direkt zuzubereiten. Aber es hat den Vorteil, es kann sich so ein bisschen entspannen. Der Fleischsaft kann zurück ins Fleisch, da wo wir ihn haben wollen. Und dann grillen wir ihn später, oder grillen wir das Flanksteak besser gesagt, sorry, später schön an. Um dann eine schöne Kruste hinzubekommen im Idealfall. Aber ich denke, das wird schon ganz gut funktionieren. Denn wir haben, wenn es regnet, wie es aktuell leider der Fall ist, haben wir ein bisschen Spielzeug. Und zwar diesen netten kleinen Burschen hier. Damit kann man nämlich auch eine schöne Kruste hinbekommen, wie beim Biefer zum Beispiel. Nur man kann es viel punktueller machen. Ist zwar ein bisschen mehr Arbeit, dauert auch einen kleinen Augenblick länger als mit dem Biefer. Nehme ich mal an, ich hatte noch nie einen. Ich sehe, das ist ja ein Lensblur. Hier ist gut. Ja, wir lassen uns überraschen. Wie gesagt, das kommt jetzt erstmal raus. So, ihr seht, ja, 55 Grad. Da stehen zwar jetzt nochmal 2 Stunden 58 Grad drauf. Aber ich habe ein bisschen Puffer eingebaut. Man weiß ja nie im Stress des Alltags, wie es denn tatsächlich dann wird. Aber ihr seht, da ist schon ein bisschen an Saft bzw. Müssigkeit ausgelaufen. Noch sieht es nicht so geil aus. Wie gesagt, wir kühlen es jetzt erstmal ab. Einfach mal ins Waschbecken. Ist voller Kälte. Da lasse ich jetzt eine halbe Stunde drin. Danach kommt es in den Kühlschrank bei 3 Grad. Und wird dann entsprechend, ja, entweder heute noch oder morgen dann fertig gemacht. Wo ich euch natürlich da mitnehme. Also bleibt dran. So Leute, es geht weiter. Das ist das Fleisch. Wie ihr seht, sieht noch nicht ganz so geil aus. Jetzt gehen wir hin. Nehmen wir erstmal ein Blech. Mit ein bisschen Abstand. Ein Messer. Und holen es erstmal raus. So. Die ganze Flüssigkeit, die sich da drin aufhält, wollen wir natürlich nicht vergeuden. Das ist nämlich eine schöne Basis für eine leckere Grundsoße. Ich tue mir später einfach noch ein bisschen mit Butter auch montieren. Ein bisschen Mehl zum Abdecken. Fertig. So. Ihr seht. So. 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 Ihr seht. mal. Oder ist das geil. Oder ist das geil. So. Das heißt. Wir gehen jetzt einfach nochmal kurz hin. Machen hier ein bisschen Sonnenblumenöl drauf. Okay. Das andere Öl. Hauptsache es ist relativ hitzbeständig. Zack. Und rauch damit. Das finde ich schon sensationell. Da kommt doch wahre Freude auf. Oder uns? Und Mädels natürlich. So. Die erste Minute ist etwa rum. Ihr seht schon hier drüben. Wir gehen. Ja. Soßenansatz. Oder das Konzentrat. Was aus dem Fleisch gekommen ist. Mit den ganzen Gewürzen. Mit den Kräutern. Mit dem Knoblauch. Das kochen wir. Das stelle ich da erstmal ein. Aber erstmal. Wir gehen jetzt gleich. Wie wir sehen. Auch eine wunderschöne. Ja. Eine riesige Kuchze. Und Muster. So. Die zweite Minute ist auch fertig. Wie ihr seht. Von beiden Seiten. Schönes Muster. Und das Ganze wieder aufs Brett verfrachten. So. Jetzt ganz wichtig. Wir lassen es einen kleinen Augenblick ruhen. So. Dass sich die Säfte mal wieder zurück ins Fleisch ziehen können. Und beim Aufschneiden nicht alles rausläufen. So. Jetzt seht ihr hier schön die Faser. Natürlich. Wie bei jedem Fleisch. Nicht mit der Faser aufschneiden. Sondern gegen die Faser. Woppa. Jetzt wird das Ganze zäh. Und wir wollen ja kein zähes Fleisch. Sonst hätten wir uns nicht die Arbeit machen müssen. So Freunde. Die Stunde der Wahrheit. Schauen wir doch mal. Was da schönes Mal rausgekommen ist. Sieht das gut aus? Schaut doch mal hier. Na. Stell scharf. Ist das geil oder ist das nicht geil? Zu guter Letzt kommt natürlich der. 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 Härteste Teil daran. Von allem. Ich darf probieren. Oder ich muss probieren. So. Wie ihr seht. Es läuft kaum Saft raus. Ein schönes zartes Stück runter. Wie ihr seht schon. Es zerfällt. Quasi. Butter zart. Sehr geil. Kann ich euch nur empfehlen. Macht es nach. Ich würde jetzt hier noch ein bisschen grobes Meersalz drüber machen. Ein paar Kartoffeln. Schön im Backofen. Geviertelt. Ein bisschen Knoblauch dazu. Ein bisschen Öl. Später kommen ein paar Kräuter drüber. Kreolische Gewürze. Haben wir lecker. Die Sauce mit Butter auch montiert. Ein bisschen Tomatenmark rein. Dass da ein bisschen mehr Bums reinkommt. Wie gesagt. Jetzt noch eine kleine Portion Meersalz. Und ich lasse es mir schmecken. Wie gesagt. Macht es nach. Ein günstiges Stück Fleisch. Kilo kostet ungefähr um die 10 Euro. Manchmal auch etwas mehr. Natürlich je nach Qualität. Aber das muss nicht immer das beste Fleisch sein. Also es sollte schon sehr gutes Fleisch sein. Natürlich. Nicht irgendwo vom Aldi oder was weiß ich was. Wobei bei denen gibt es das gar nicht. Geht zum Metzger. Sagt ihr gerne Flanksteak. Wie gesagt. Ich denke mal. Ein Zehner pro Kilo. Müsste hinkommen. Zwischen 10 und 20 Euro. Werdest ich. Wenn es euch gefallen hat. Lasst mal einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal. Es gibt mehr Videos. Rezepte. Wenn ihr Ideen habt. Bitte schreibt es mir in die Kommentare. Sagt mir auch bitte in den Kommentaren. Was euch gefallen hat. Was euch nicht gefallen hat. Was kann ich besser machen. Ich weiß. Die Beleuchtung ist noch etwas. Chaotisch. Ja. Die Mütze ist auch noch. Ja. Ein Mittel zum Zweck. Ja. Musik soll lang werden. Ja. Was soll ich sagen. Ich hoffe es hat euch gefallen. Cheers. Vince. Bis zum nächsten Mal. Jetzt diarr ohetes es. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017